Volker, es ist ja unglaublich, was Kinder alles nicht essen. Ich kenne das auch von zu Hause. Bei deiner Tochter ist es Zucchini zum Beispiel. Äh, gekocht sind die voll schleimig. Bei Zucchini hat Töchterchen das Gespür eines Drogenhundes. Emma wittert Spurenelemente von dem Grünzeug in jedem Gericht, wo es drin ist. Ihr wisst doch, dass mir das nicht schmeckt. Ja, genau wie frische Tomaten. Oder Gorgonzola. Oder Spinat. Oder Spargel. Oder Pilze. Warum gibt es überhaupt Pilze? Richtig blöd ist es, wenn du bei Freunden eingeladen bist. Töchterchen isst nix von dem, was serviert wird. Die Gastgeber bieten verzweifelt alles an, was Küche und Keller zu bieten haben, bis hin zum Butterbrot. Bis Töchterchen dann bekannt gibt... Och nö, ich hab eigentlich doch keinen Hunger. Zum Glück besteht keine Gefahr, dass Emma verhungert. Wir fürchten auch nicht, dass ihr vor Vitaminmangel Haare und Zähne ausfallen. Es nervt halt einfach nur, weil du viele Gerichte nicht kochen kannst. Gibt's kein Kochbuch tausend wirklich leckere Rezepte ohne Spargel? Ja, das steht direkt neben dem Ernährungsratgeber. Tausend Gerichte, die mit Nuss-Nougat-Creme noch besser schmecken. Ihr habt doch als Kind bestimmt auch nicht alles gegessen. Stimmt. Aber das würden wir natürlich nie zugeben. Meine offizielle Antwort? Als ich in deinem Alter war, waren Gorgonzola und Spargel noch gar nicht erfunden. Papa, du bist so witzig. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH.